Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute mal ein etwas anderes Thema, denn es geht nämlich um eine sehr, sehr bekannte Dame. Äh, was? Keine Dame? Oh, ähm, ja, sorry, dass ich nicht so informiert bin, ich hab nur das Bild gesehen. Also, es ist ein junger Mann, nämlich Justin Bieber. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die sagen, Justin Bieber sei so ein Wasser, weil er so ein Sch***er Mann bin, ich den hab ich, Alter, der kriegt so ein Sch***er Mann. Ich schwör's jetzt ehrlich, so ein Sch***er Mann, wenn ich den sehe ohne Scheiß. Oh Mann, ohne Scheiß, Alter. Und ja, äh, ich bin keiner von denen. Also, ich bin ein großer Fan von Justin Bieber, geboren am 1. März 1994 in Charlotten, Ontario. Ja. Und ja, er soll ja jetzt Vater sein. Oh Gott, oh Gott. Viele sagen, er soll jetzt Vater sein, und viele sagen, er soll nicht Vater sein. Ich sage nein, weil er würde seine Selena Gomez nie im Leben betrügen. Es ist so ein schönes Paar. Ich freu mich so für die beiden, ja, ja. Ich find's einfach nur schön, und er würde sie niemals betrügen, nein. Und dann gibt's ja noch die Leute, die sagen, äh, Justin Bieber kann gar nicht Vater sein, denn er ist ja schwul. Und dazu möchte ich jetzt auch nochmal was sagen. Also fangen wir doch mal an. Justin Bieber soll schwul sein. Er hat eine Freundin. Hässlich. Über Millionen Mädchen denken, er sei der heißeste Junge auf der ganzen Welt. Schlecht. Er hat sich auf der Bühne seinen Fuß gebrochen und hat weiter getanzt. Und gesungen. Und gesungen. Nicht erfolgreich. Mit 17 Jahren hat er 29 Songs, 3 Alben, 1 Film, 3 Bücher, 20 Preise, 86 Shows, 45 Millionen Fans. Und das war nicht abgelesen. Nein. So ist sich alles auswendig. Jetzt sagt doch nochmal, dass Justin Bieber scheiße ist. So Leute, wollen wir mal nicht weiter über Justin Bieber reden. Wir wollen unseren Kanal ja noch etwas seriös halten. Und ja, deshalb war's das zum Thema Justin Bieber. Nächstes Video wird ein Metal sein, zwischen Rafi und mir, wie immer. Und da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Für das nächste Video könnt ihr hier klicken. Hier. Und ansonsten wollte ich noch fragen, ob es unter euch schon jemanden gibt, der irgendwie ein Intro machen kann. Oder wir haben ja jetzt schon ein Background für unseren Kanal. Das habe ich selbst gemacht. Jetzt erstmal ein bisschen zum Übergang, wisst ihr. Da ist wenigstens ein bisschen was da ist. Aber es ist jetzt kein Meisterwerk. Und falls ihr irgendjemanden habt oder irgendjemanden kennt oder ihr selbst halt, der könnt ihr euch mal bei uns beiden melden, falls ihr Lust habt. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr drauf freuen. Ansonsten, unsere Homepage ist in der Beschreibung. Unsere Facebook-Page ist in der Beschreibung. Und ja, lest euch durch. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Mit Sicherheit. Und ansonsten könnt ihr... Ne, mach mir so. Also, wie hier klicken, soll man abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, Leute. Haut rein. Huch. Shit. Haut rein. Huch. Shit. Against Capital. Pasty. Bis zum nächsten Mal.